Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us Part 2 mit dem Kreesebro und dem Bob. Und wir sind hier immer noch in der Rückblende, die letztes Mal gestartet ist im letzten Part. Wir sind jetzt auf Patrouille plötzlich mit Joel. Oh, und er hat was gefunden anscheinend. Eigentlich wollen wir nur neue Seiten besorgen für die Gitarre von Ellie. Und sie wusste nicht, dass man die auch mal wechseln sollte. Erster Stock von oben. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ja, fang und drüber. Hey, Kreesebro. Mach boom. Der Runner, der Klicker hat vielleicht auch boom gemacht. Aber Ellie ist immun. Wenn er den Kopf abbeißt, dann ist der Kopf auch nicht mehr so immun. Störleberger ist nur einige Meter gegangen so. Hey gut, da haben wir mal kurz nicht so ganz gut aufgepasst. Wir. Ich hab dir gesagt, da kommen sie. Heil dich, Kreesebro, hab ich gesagt. Stimmt natürlich. Komm auf! Erster Stock! Ja, du musst mir schaden, wenn du den Kopf kriegst. Ach so, danke. Ach so, danke. Das ist ein falsches Ding. Boah! Was ist sie? Da ist die verdammte Beine weg. Ist noch einer? Ja! Ja! Weg von mir! Niemand mochte wie die Luft. Nein! Oh, Joel geht's auch nicht so gut. Dann müssen wir erstmal Joel helfen. Dann stecken wir erstmal das Messer in den Kopf. Weichen kurz aus. Boah, das ist lustig. Dann einfach mal. Oben kommt noch neuer. Da hab ich auch gesehen. Oh, 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 aber nicht mehr oben. Dann hat Joel uns vom Leib gehalten. Alter, zwei auf einen Streich. Mehr Infizierte! Das kriegst du doch wohl hin. Erstmal vorbei. Du bist halt in der Lanze so. Ich rede da für mich. Wow, 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 wow. Voll vorbeigesleiden. Alter, ausgewischen. Boah, Alter. Aber das sieht hier jetzt nicht so gut aus. Dann merkt man, du willst unbedingt mal Sekiro spielen. Ja, ich glaube auch. Voll mal ein Spiel. Ähm. Okay, Joel räumt hier ein bisschen auf. Ich glaube, wir nutzen mal ein Madpack. Joel, ich glaube, das war's. Hallo. Glaube ich auch. Gut gemacht, Kleine. Also, was hältst du davon? Erstmal das Madpack aufheben. Das wollte ich auch gerade sagen. Wo lag denn das? Da rechts auf den. Ah, hier. Ich glaube, der einzige Weg ist jetzt vorwärts. Als hätten sie es geahnt. Leute, hier könnte man eine Zombie-Invasion stattführen. Ich lege schon mal ein Madpack bereit. Gute Idee. Na hier, die geilen Schneeschuhe. Und Schlitten. Okay, dann. Jetzt hier mal durch. Schon alles arg verfallen hier. Sieht aus, als könnte das hier was sein. Ich folge dir. Vertrauenserweckend auf jeden Fall. Da passiert doch gleich was. So Arme von der Seite oder so. Aber gute Kameraeinstellung auf jeden Fall. Ach, das war jetzt schon. Ja, das ist vorne. Sind das die? Ja. Ach, für Männer. Hallo. Komm her, hier. Ich hab'n Wege gemacht, ich hab'n ganz schön hoher. Das wollte ich eigentlich auch nicht. Na klar, jetzt kommen hier natürlich noch andere. An den Dicken. Das sieht nicht so gut aus, die Munition ist alles. Ja, wie ist das? Na, aber da wird die Munition gewesen. Erstmal laden wir hier nach. Die Gesundheit sieht auch nicht mehr so ganz so gut aus. Wow, 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 wow! Die gute alte Zarge. Joel, das ist schlecht hier. Ja, scheiße. Der hat Joel mich getötet, weißt du? Er rettet dich vorhin. Ich glaub, der rettet mich gerade. Vielleicht sollte das auch nicht passieren. Dann sagen wir, es sollte so passieren. Alter. Ja, shit. Ja. Das war zu knapp. Shit ist so auf jeden Fall angebracht. Aber wir haben's geschafft. Haben wir. Okay. Nimm noch einen Apfel für den Weg mit. Ist das klar? Außer, dass ich echt alt bin. Nicht, was acht Stunden schlafen nicht heilen können. Ich will hier raus. Das klingt nach einer guten Idee. Ich glaub, langsam hat sie gar keine Lust mehr auf Patrouille. Dann nehmen wir hier auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen was mit. Guck mal, hier hätten wir uns auch durchzwängen können. Ja, hier ist der auch mal durchgerannt, würde ich sagen. Was haben wir hier noch? Lumpen. Was machst du da? Was, wenn da zwei Bloater lauern? Also auf zwei von den Viechern hab ich echt keinen Bock. War hier nicht auch noch irgendwo Gewehrmunition? Ja, hier auf jeden Fall. Ohren sind weg. Gesundheit ist voll. Krasser Kampf eben, oder? Wir kommen nicht auf Bloater vorbei. Ja. Oh, schade geht's mir. Enttäuschend. Wie denn alles Jim? Äh, mal so, mal so? Wieso? Ich hör doch, wie Jessie über dich redet. Nein, Jessie und ich sind nur Freunde. Ah, ich hab aber ein gutes Auge für diese Dinge. In diesem Fall nicht. Wir werden sehen. Werden wir nicht. Okay, wer weiß, vielleicht hatten Jessie und Ellie ja auch mal was. Auf jeden Fall erahnt Joel da irgendwas. Der liegt bestimmt wieder absolut richtig. Denn wir wissen, Joel ist sehr einfühlsam. Wir hätten Duschräume hier. Ja, schön. Schöne Hotel-Duschräume. War's vielleicht mal. Deutsche Crema. Geil. Gibt's da Eis? Einen Kaffee. Achso. Kannst du dich da durchdringen? Ja, weil ich dünn genug bin, Joel. Weil ich nicht so viel esse. Siehst du, was da ist? McDonalds-Kind. Ja. Es wär schon wie jeder gescheitert. Okay. Schrei doch nicht so Joel. Danke. Ja. Ich glaub du hast den Teenager gefunden. Hm. Das sind sie. Das Paar, das letztes Jahr weggelaufen ist. Du könntest recht haben. Jackson ist echt wundervoll. Aber wir können nicht mehr mit ansehen, dass die Leute anderswo leiden. Wir wollten Leben retten. Wir wollten Gutes tun. Nach nicht nur einer Stunde trafen wir auf eine Horde. Wir sind infiziert. Wir haben beschlossen, unser Leben zu beenden, ehe wir uns verwandeln. Sagt unseren Familien, dass es uns leidtut. In Liebe, Adam und Sydney. Ich hab sie erschossen. Mich kann ich nicht umbringen. Ich bin ein verdammter Feigling. Adam. So ist es. Wird ja alles nicht passieren müssen. Wollen wir Tommy, dann können wir die Leichen nach Jackson zurückbringen. Ja. Als du mich aus der Firefly Klinik weggebracht hast. Okay, jetzt kommt's auf den Tisch. Sagtest du, es gab Dutzende wie mich. Ja. Ja, das haben die gesagt. Ich hab noch nie andere Immuner getroffen. Du etwa? Vielleicht verbergen sie es. Du ja auch. Glaubst du das wirklich? Sollten wir wirklich jetzt darüber reden? Wir sind durchs halbe Land gefahren, um mich zu den Fireflies zu bringen. Ich hatte so viele Fragen an sie. Warum hast du mich da rausgeholt, als ich noch bewusstlos war? Ich hab sie ihre Tests machen lassen. Und als ich merkte, dass die sinnlos sind, wollte ich weg. Woher wusstest du, dass sie sinnlos sind? Hättest du ihnen mehr Zeit gegeben, vielleicht hätten sie etwas rausgefunden. Rally. Es gab keine Heilung. Absolut nichts hätte diesen Leuten helfen können. Oder irgendwem. Ich weiß, du willst, dass die Dinge anders liegen. Das tue ich doch selbst. Aber das tun sie nicht. Wir müssen die beiden ihren Familien zurückbringen. Oder gibt's noch etwas, was du hier durchkommen willst? Nein. Gut. Dann komm. Hat er ihr immer noch nicht die Wahrheit erzählt? Ja, es muss ja auch noch irgendwas aus der Vergangenheit von Joel geben, weshalb sie den gesucht haben. Ja. Meinst du, er hat schon... Na, die... Diese... Liberation Front. Washington Liberation Front. Die wir jetzt jagen. Ja, ja. Die müssen ja irgendeinen Grundgab haben. Achso, ja, ja. Na klar. Meinst du, er hat doch schon mal gelogen? Wer weiß das. Okay, jetzt sind wir wieder in der Gegenwart. Der schläft. Hey. Hey. Lass mich mal. Oh, sich selber nähen, ey. Das muss aber auch hart sein. Oh ja. Er ist ein guter Kerl. Mhm. Lieber sich selber geben. Warum hast du nichts gesagt? War der falsche Zeitpunkt. Sie hat's ihm wohl noch nicht erzählt. Okay. Frauen halt. Das wär's. Was ist hiermit? Ja, tatsächlich. Abby? Äh, nein. Dieses Mädchen, Nora. Ihre Einheit ist in diesem Krankenhaus. Sie sammeln Vorräte oder sowas. Dieses Krankenhaus? Ja. Warte, du gehst jetzt? Ja, das ist ne Spur. Warte doch wenigstens, bis Jessie sich erholt hat. Dann könnte sie schon weg sein. Ellie. Wir wissen, wo sie ist. Und Tommy vielleicht auch. Was? Nichts. Gut. Hilfst du mir bitte mit der Tür? Oha. Viel Unausgesprochenes. Aber Ellie will dem erstmal aus dem Weg gehen. Schwierige Situationen für die alle. Wenn ich der Fünf folge... Sie will da jetzt auch nur weg, glaube ich. Ja, eben. Ich will den Krankenhaus kommen. Ja, dann folgt mal der Fünf. Hoffentlich hat die keine Umleitung. Ja, das wär doof. Nora finden. Du musst ja rausquetschen, wo Abby ist. Leicht. Und dann hat sie ja eben... Und wir wissen ja auch noch nicht genau, was mit diesen religiösen Leuten noch ist. Ja, richtig. Da können wir auch noch gespannt sein. Da haben wir ja bisher nur... Ja, sozusagen Hinweise gefunden. Dass es die eben gibt. Aber so jemanden getroffen haben wir ja eigentlich noch nicht, oder? Ne. Jetzt mal geht's hier durch. Ist klar. Ich muss da durch. Wo müssen wir durch? Hier hoch gleicht. Ja, vielleicht war links auch noch was, ne? Stimmt. Dann gucken wir da nochmal. Also, ich weiß nicht, ob das optional ist, ne? Aber... Man kann ja immer mal schauen, ne? Schaden kann's ja nicht, ne? Ist korrekt. Vielleicht liegt jetzt hier eine Carl Gustav. Dann würde ich sagen GG. Dann würde ich sagen Ruhe, ja. Den Umweg nimmt man dann in Kauf. Aber bisher schaut mir das hier so nicht aus. Da kommen wir nicht hoch. Hier vielleicht höchstens nochmal. Aber da kommen wir auch nur da rüber, also... Okay. Sollte halt noch ein bisschen mehr Weg aussehen. Ja. Ich verstehe. Scheint hier nicht der Fall zu sein. Oftmals belohnt sich das Spiel ja auch. Aber... Hier wohl nicht. Du hast auch nichts mehr. Gut. Dann runter. Den Ast kannst du noch als Waffe bestimmt nehmen. Hier du. Ich glaube nicht. Jetzt geht... Nein. So. Hören wir hier was? Bisher nicht. Ungewohnt ruhig, ne? Ja. Da ist sowas drin. Das habe ich doch gesehen. Da ist sowas drin. Ja. Ja. Da ist sowas drin. Ja. Ja. Du könntest ja so ein Guide anbieten. Ja. Wenn ich das jetzt hier kaputt mache, dann habe ich glaube ich da einen Freund. mal die Tür hier. Mal die Tür hier. Ja. Ja. Da ist erstmal der wieder reingekrabbelt. Jetzt helfen die mit. Äh. Das sind ganz viele. Zwei. Oder? Oh. Chris Brody. Gut. Das war vielleicht nicht die beste Idee. Bleib drin. Bleib drin. Nein. Die ist irgendwie wieder da reingekrabbelt. So. Nein. Ja. So. Ja. 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 Du musst deine Axt nehmen. Ohhhh. Da konnte ich jetzt leider nicht mehr ausweichen. Aber vielleicht reicht es ja. Jetzt eine Axt. Eine Axt. Und die Axt, Feuer! Ohhhh. Das hat nicht gereicht! Schreiche Schresse und das sieht sehr schlecht aus mit der Gesundheit. Aber jetzt vielleicht! Lass mich raten, da ist nichts drin. Oh Mann ey! Alter! absolute vollkatastrophe gar nicht gut oder was in diesem tollen laden drin ist da ist bestimmt was tolles drin aber was da drin ist das sehen wir dann erst beim nächsten mal okay aber was da genau drauf steht das sehen wir dann einfach uns das nächste mal an ist richtig zuschauen ja schaltet wieder ein bis zum nächsten mal tschüss